Hallo zusammen, mein Name ist Erwin Stump, Produktmanager Mechatronik bei Tassablau in der Schweiz. Es freut mich heute, den neuen Integrazylinder im Schweizer Rundprofil zuvor zu stellen. Der Zylinder kommt im Baukastensystem. Das ermöglicht uns den neu entwickelten und patentierten Aktuator, der im Zylinder verbaut ist. Der Zylinder hat ein Flexkabel, das wendiger und flexibler ist und den Einbau an den Türen vereinfacht. Zusätzlich ist das Kabel durch die Metallführung geschützt von Einflüssen von aussen. Der Zylinder ist kontaktbasiert und ermöglicht Ihnen optimal einen Einbau in Hochsicherheitstüren mit Vandalismus-Schutz. Die Zylinder kommen in den Grundlängen, die Seite A 42,5 und die Seite B 32,5 mm. Weitere Informationen finden Sie auf Ihrer Homepage.